hallo hallo ich heiße Alna und willkommen auf meinem kanal heute möchte ich über diese sandalen von LOCK ein kleines video machen dann fangen wir an diese sandalen heißen ARA von der marke LOCK die marke kommt aus amerika das ist eine amerikanische marke wenn ich mich nicht ehre befindet sich in los angeles aber die sandalen wurden in spanien hergestellt die sind komplett aus weichen leder und unten auch leder hier hat einen kleinen absatz qualität ist hammermäßig hier ist Binde wo du finden kannst hier alles leder und die farbe ist nude ich habe extra diese nude farbe bestellt bevor ich etwas etwas nicht billiges kaufen möchte mache ich meine recherchen schaue ich videos review videos auf youtube und da habe ich kein video auf deutsch zumindest gefunden über diese sandalen noch habe ich nur ein nur ein video auf englisch gefunden und sonst nichts da habe ich mir gedacht warum mache ich nicht ein kleines review über diese sandalen wenn ich die schon habe und schon getragen habe da habe ich entschieden dieses video zu filmen ich habe die gewaschen keine sorge die sind sauber schon ich habe auf diese sandalen meine augen vor zwei jahren geworfen aber es war für mich ein bisschen teuer über 300 euro da habe ich mir gedacht für sommer sandalen ist es nicht teuer oder dann habe ich auf richtige moment gewartet und diese richtige moment kam im winter sale bei nette pote da waren diese sandalen auf 40 prozent reduziert und ich habe auf diese 40 prozent extra 10 prozent zusätzlich bekommen dann habe ich mir die sandalen zugeschlagen und ich bin sehr froh weil es gab verschiedene farben aber ich habe mich für diese farbe entschieden diese nude farbe weil die passen mit allen und allen und allen ausländen auch die beine und sonst diese band immer kürzen auch die beine aber die war aber die farbe verlängert es ist fast mit allen und allen auch Ich trage das auch mit Jeans, Kleid, Rock, Shorts kann man auch tragen oder einfach so weiter Hosen ausleihen, es würde mit allen Outfits passen und wenn du ein Kapselgarderobe hast, dann für Sommer würde ich auch zusätzlich diese Sandalen auch empfehlen, weil die passen mit allen Outfits. Und für mich, diese Sandalen, wie sagt man, ich würde es gerne zum Restaurant oder zum Treffen mit meinen Mädels oder ins Kino oder ein bisschen draus zu spazieren tragen, aber für den Supermarkt oder den ganzen Parkshop, wenn du auf den Beinen bist, ich würde es nicht empfehlen, weil die sind sehr befehlen, aber die sind aus den Bänden, doch die Bände sowieso werden die Beine schneiden, ich denke, ich habe es noch nicht den ganzen Park getragen, aber schon über zwei Stunden, drei Stunden habe ich getragen und ich habe keine Umweltbremlichkeit gefühlt und die waren sehr bequem, weil die sind aus Leder und sehr weich und diese Bände kannst du auch locker tragen oder die sind ein bisschen, wenn du hart verbindest, dann schneiden wir nicht, deswegen kannst du auch, aber die sind sehr bequeme Sandalen, ich denke, und die fallen halbe Größe kleiner. Ich trage 38,5 und hier habe ich 39 bestellt und die passen super, super, perfekt, genau, wenn ich meine richtige Größe 38,5 bestellen würde, würde ich schon klein. Die sind sehr vielseitig, wie gesagt, und ich freue mich, dass ich die in meiner Garderobe habe und in letzter Zeit habe ich gedacht, dass ich meine Sachen länger tragen möchte, dass nicht ein paar Saisonen dann kaputt geht oder das kann man nicht mehr tragen kann, deswegen, ich möchte ein bisschen Geld für meine Schuhe investieren und habe ich mit diesen Sandalen schon angefangen und ich bin ganz zufrieden, Absätze macht auch viel aus, angenehm zu tragen, ein bisschen wirkt sogar, wenn du leibst, es ist nicht steif und halbe Größe, immer halbe Größe größer bestellen, weil sie fallen halbe Größe kleiner und ich bin zufrieden, dass ich sie in meinem Sommer Garderobe habe und ganz happy. Wenn euch dieses Video gut gefallen hat, bitte Daumen hoch dafür und abonnier meinen Kanal für mehr Videos in der Zukunft, und das macht mir Spaß, solche Videos zu machen, deswegen, wir sehen uns bald, ich hoffe. Tschüss!